machen so ein rätselhafter marcus klont erscheint im umbrella ausbildungszentrum marcus meinen die dich der rätselhafte marcus klont ich mag mich weg die karte die karte die karte die karte Und wieder ein Klammer-Arfe. Die verfolgen mich spätisch. Okay, Heilung habe ich jetzt. Ich bin nicht von hinten. Okay, ich mache dir. Okay, Leute, ich bin jetzt auf den Kettensegen-Bastard fixiert. Ich bin auf den Kettensegen-Wichser, Leute, ich kann nichts anders machen. Ich bin glatt. Ich bin glatt. Top, Markus. Alles klar, Markus. Ich zie es. Markus. Markus. Schüster. Schüster. Hast du Heilung dabei, Heldländer? Ich mach weiter mit Blankgranate. Hast du was dabei? Nein, du solltest mir eigentlich eine Geben zogen. Jo, mitnehmen. Geben, 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 Geben! So, mein Pult steigt, das läuft gut. So, jetzt habe ich keinen Gegner, obwohl ich unten bin. Nichts. Ich tue meinen Standort verlagern. Scheiße, ich habe gar nichts am Gegner. Ah, jetzt. Kurzzeitig einmal Fatboy. Okay, schaut verdammt gut aus. Das war's mal wert. Okay, ich habe wieder nichts. In seiner Nähe, ich bräuchte langsam Heilung. Ich bin absolut scheiße verletzt. Okay. Ich bin weiterhin unten und ich bin schwer verletzt. Okay, ich habe ein Heilspeak, killt weiter. Okay, ich bin geglammert. Okay, Achtung! Blechgranate! Achtung! Blankgranate! Okay! So, diesmal geht es nur um die Unabuchung, da kommt es. Loser! Da! Das ist ein Heilspeak, da kommt es. Ja! Ja! Das ist mein Erdogan. Ja! Ha 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 Strike Leute, Astreiner 150er Combo Ich sag nur eins, Markus, Headliner, Respekt, Fleiß belohnt sich